Willkommen bei profischnapp.de auf dem Fotostudio hier in Impfingen. Ein Relax-Sessel zeige ich Ihnen, der Firma Himmolat 7912, ein Messestück in Leder Longlife Soft Senf mit Akku. Sie brauchen kein Kabel, hier, das ist der Akku, ganz leicht wegzunehmen und zu laden. Einfach wieder anstecken, wenn er geladen ist und schon brauchen Sie kein Kabel. Den müssen wir jetzt mal wieder laden, alle vier bis sechs Wochen eigentlich so. So, hier haben Sie die Fernbedienung, die Sie wegnehmen können. Sie drücken hier drauf, jetzt ist sie noch geschlossen, Kindersicherung. Sie bleiben etwas länger auf dieser Schließtaste, jetzt ist es entsperrt. So, Rücken, Fußteil, zwei Knöpfe, ganz einfach. Das Fußteil klappt aus, klapp, klapp, klapp. Ich habe eine tolle Auflage für meine Beine und mit dem Rücken kann ich nach hinten gehen, bis so weit. Habe hier oben noch ein Scharnier zum Strecken, aufräumen. Und habe eine ganz tolle Bequemlichkeit hier in modischer Farbstellung. So, wir wieder rein, Rücken wieder hoch. Ich kann in jeder Position anhalten, auch gut. Der Sessel wirkt sehr grazil und ist in der Größe Medium geeignet für alle Personen zwischen Meter 65 und Meter 85. Weiches Leder, tolle Formgebung, leichte Bedienbarkeit. Jetzt stricke ich das Rückenteil, drehbar ist er auch noch, 75 Zentimeter breit. 3.229, Sonderpreis? Nein, bei uns 1.490, fast weniger als die Hälfte. 1.094 Euro Abholpreis, 99 Euro Lieferung, Messestück, schnappen, Südzug, Buu. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss.